Hektische Musik? Was kann das nur bedeuten? Willkommen zurück zu Paper Mario, Legende vom Millionen-Tor. Ey, auch wenn wir Champ sind, ne. Wir haben keine Zeit, uns auszuruhen. Wir sind Clubon und seine geheimen Unterlagen auf die Schliche gekommen. Und ich muss mal eins kurz gucken, wo könnte er nur hin sein, Alter? Wo ist er hin? Komischerweise lassen wir uns die Typen schön durch die Kontrolle in die Arena rein. Oh, hier nicht. Okay, gut, hier nicht. Es gibt nur einen Eingang in die Arena. Aber wir wurden doch gewarnt, Leute, von Samum, dass wir nicht in die leere Arena rein gehen sollen. Und nach dem Champion-Kampf sind doch bestimmt schon alle nach Hause gefahren, sodass die Arena jetzt leer ist. Aber okay, was soll's. Ob frischer Tat ertappt, wir dürfen ihn jetzt nicht entkommen lassen. Boah, die Arena ist ja wirklich leer. Ey, Mann, wo wir... Oh Gott, da ist er. Alter, wer da schon steht, ey. Aber was haben wir gelesen? Eine ganz krasse Maschine unterhalb der Arena? Unter dem Ring? Die, 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 die Energie aussaugt? Ja, aber, aber, ich will nicht. Was, bei dir checken, liegt du aber drunter? Obwohl, wäre ein bisschen fies. Wie er auch schon mit dem Rücken zu uns steht, ey. Okay, ich, äh... Leute, was soll's. Er muss uns jetzt sagen, was das soll. Und wo das Sternjubel ist. Er ist ja auch in der Maschine drin, als Energiequelle. Mann! Du bist wirklich ein Volltrotteln, mich bisher herzuverfolgen. Ey, der wie auf ihm anders redet, ey. Und du, da du hinter mein Geheimnis gekommen bist, muss ich dich leider vernichten. Das Sternjubel, Mario, schau nur, da ist ja das Sternjubel. Ja, na, wie gefällt euch das? Mit dieser Maschine habe ich den Kämpfern all ihre Energie entzogen. Genau. Um meinen wundervollen Körper für immer zu erhalten. Ja, wir werden nicht zulassen, dass das Sternjubel für so etwas missbraucht wird. Wie der Sack. Was ich mit meinem Sternjubel mache, ist ganz allein meine Sache. Also los. Hm. Volle Kraft. Jetzt weiß ich, warum er mir so bekannt vorkam. Der sieht aus wie Toba Blubber. Klubau ist riesig geworden. Ja, würde ich zermalmen und daraus so Energie für mich gewinnen. Ach du meine Fresse, ey. Trotzdem Publikum, Alter, die Frisur, ey. Mega geil. Meine Kraft ist unendlich. Solange ich diese Maschine habe, ist mein wundervoller Körper unsterblich. Na, Mario, diesen Kerl werden wir zeigen. Flucht nicht möglich. So, wir haben sogar netterweise einen Lebenspilzer. Wir sind eigentlich bestens vorbereitet. Ey, Alter. Mann, ey, was für ein krasser Typ. So, soll ich erstmal vielleicht mir einen Punsch einverleiben, Leute? Ein bisschen Punsch trinken? Ich weiß nicht, was er macht, Leute. Ich weiß ja nicht. Komm. Wenn er sich aufputscht, machen wir das auch. Seid mal her, ihr. Ja. Au, ja, geboostet. So, er hört an, ist Kraft durch Giganteneffekt. So, der soll sich mal einen Gegner an seiner Größe suchen. Scannen wir ihn. Alter, Megaklubon. Achtung, meine Güte. Cool. Das ist Megaklubon. Die Kraft des Sternenwills macht ihn so stark. Maximal der KP 60. Angriffskraft 4. Aber null Verteidigung. Vermutlich wird er erst die Zahl seiner Aktionen erhöhen. Danach verwendet er Items, um seine Angriffskraft zu boosten. Achtet genau darauf, wenn Megaklubon seine Kraft erhöht. Aber es ist schon grotesk, wie dieser Klubon sich aufgepumpt hat. Jetzt sieht er aus wie Tuba Blubber aus im ersten Paper Mario so ein bisschen. Diese Sternewille, diese Sternewille haben wirklich eine unglaubliche Kraft. Was war das denn? Was war das für ein Buff? Zahl der Aktionen gestiegen. Jetzt kann er mehrmals im Kampf angreifen. Okay. So, wir sind jetzt geboostet. Ich würde halt echt hier ein Powerdots probieren. Aber man, das ist ja... Das ist nicht so einfach. Alter, du... Okay, aber trotzdem schön Schaden gemacht. Richtig reingeballert. So, dann haben wir noch mal... Multikopfen sind da her. Er hat immerhin keine Verteidigung. Okay. Was soll das denn? Guter Gangbomba. Greif einfach weiter an. Genau so. Yeah. Alter Swut. Okay, fies. Verteidigung wurde erhöht. Das ist nicht so geil. Und er hat eine Reaktion. Was zum... Oh, kommt einfach an den Job, Alter. Okay, aber jetzt stecke ich weg. So, er hat Verteidigung geboostet. Plus drei. Ja, jetzt ist es natürlich auch... Jetzt würde mein Supersprung trotz geboosteter Sachen nichts mehr machen. Deswegen probiere es mal mit einem Powerhauer. Oh, ich kriege Energie geschmissen. Hörter, ich kriege ein Herz dazu. Ja. Toll. Nicht durch die, die noch geheilt ist. Was soll es? So eine Powerhauer oder Erdbeben. Erdbeben natürlich auch umgeht. Und so ein bisschen die Verteidigung. Hey, ich glaube, das ist denn hier besser. Ich bin ja geboostet. Der Mike hat aber auch nur vier Schaden, ne? Weil ich jetzt ein bisschen stärker bin. Ach, Mann, ey. Egal. Yeah. Boom. Ja, vier Damage. Okay. Oh nein. Wann jetzt? Ey, wieso wird der jetzt eingemebelt? Oh, der Treffige ist bestimmt schlechter. So, okay. Dann ziehen wir ihn wieder glatt fünf ab mit einem Bootbeben. Ja. Wow, wow, wow. Ach, ey. Es ist echt daneben gegangen wegen dem Nebel. Oh, Angriffskraft geboostet. Tja, Mario. Angriff wurde erhöhnt. Hm, ja. Oh, oh, oh. Ähm. Oh, ho. Er war geblockt, ey. Nee. Okay, alle Boosts sind es wieder weg. Und wir haben ihn gerade mal 20 KP abgezogen, ey. Ich wollte eigentlich mehr, aber das ging halt daneben wegen dem scheiß Nebel. Der Nebel ist jetzt richtig ätzend. Stopp, was darf ich? Ich probiere es. Oh, Mann, der dumme Nebel. Ja, dann verschwinden wir mal keine Items, solange Nebel da ist, ne? Also, kopflos, ganz normal. Wee. Okay. Du, 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 du. Oh, die, ey. Also, fies, ey. Mh, ja. Oh, nein. Angriffskraft geboostet. Er darf noch einen weiteren Zug machen, weil dann ist auch dieser Buff bald vorbei. Ja, ich greife an. Ich jump auf die Raufbahn. Schwämpf. Oh, ich konnte es nicht abblocken. Ich konnte es nicht blocken. So, alle Buffs weg. Okay, Mann, der Nebel ist halt noch da. Mann. Power, Hauer. Stutt. Okay, getroffen. Yeah, Hälfte ist down. Kann der Nebel mal weggehen? Äh, äh, Gumprina, musst du doch gar nicht duschen. Du, du, Kopp, Noss, Mann. Hm, James. Oh, Mann, ist das fies. Warum hat der denn Nebel bei sich? Du schlägst dich, Wackabamba. Ich habe auch nichts anderes erwartet. Schließlich habe ich sofort erkannt, dass du ein vielversprechender Kämpfer bist. Aber der Kampf ist auch lange nicht vorbei. Und ich kann auch anders. Pass mal auf. Ich werde dir eine Kostprobe meiner unendlichen technischen Raffinessen geben. Ey, was war das denn? Oh, oh. Nein, wieder mehr Aktionen. Bitte nicht, ey. Ich habe aber vielleicht gleich die Chance. Ey, das wird drei Runden jetzt. Das darf ich zweimal was machen, ey. Ich habe jetzt aber gleich die Chance, eventuell ein Super-Bingo zu kriegen. Dann wäre ich komplett wieder voll. Was ist denn da jetzt? Eine Dose? Nee, das nicht. Boins. Aber 100. Ey, wir haben ja schon die Möglichkeit, 100 Publikumszuschauer zu haben. Leute, der Nebel ist weg. Okay, der Nebel ist weg. Das ist gut. Der macht so einen Powerhauer. Ja, sechs Schaden. Ja. Wir haben auch einen Lebenspilz, ne? Wir haben einen Lebenspilz. Das ist eigentlich alles in Ordnung. Der braucht ja nicht hier so rumdrohen. Okay, Powerhauer. So, haben wir jetzt Glück mit Bingo? Oh, oh, oh. Bingo-Zeit. Ja! Bingo! Keine Chance. Full Heal. Alles Maximum. Boah! Du weißt wirklich, wie man eine gute Show macht, Mario. Voll geil. Alles vollständig hergestellt. Aber er hat leider keinen GKP mehr. So, dann machen wir ihn schon mal unter 20. Oh, oder auch nicht, ey. Fuck, kackt, weil er so groß ist. Ja. Nein, nicht Angriffskraft boosten. Und was macht er als zweite Aktion? Natürlich. Attacke! Boah, auf beide, ey. Was war das du denn jetzt vor? Tschüss, Mann. Ich weiß nicht, was das Wasser macht. Wenn das Wasser irgendwie... Ich glaube, das ist... Wartet mal. Ich glaube, das wäre, wenn ich einen Statuseffekt hätte. Wie Vergiftung oder Verwirrung oder so. Weil ich glaube, das würde das Wasser wegspülen. Aber da wir es jetzt nicht haben, wirkt es halt ein bisschen merkwürdig, ne? Okay, Leute. Power, Hauer, immer schön. Sechs Damage. Rennen. Wunsch! Hopp! Ja, und das Publikum freut sich hier. Ding! Oh, 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 oh. Okay, ching, ching. Er beinahe wäre eingefroren gewesen. Aber nee, er ist halt ein Boss. Da bringt das nix. Ding, ding. Ach, Mann. Der hat so viel KP, Leute. Ah, nee. Bald nicht mehr. Bald nicht mehr. Wunsch! Wunsch! So, zwölf KP nur noch, mein Freundchen. Er kann uns niemals down machen. Hm! Wollte ich nicht so früh machen. Der Sieger steht erst fest, wenn der Kampf vorbei ist. So ist der Kampfsport. Du wirst schon sehen, am Ende wird der Sieg mein sein. Yeah. Nein, nicht noch mehr Angriffskraft. Ding, 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 ding. In seine zweite Aktion. Er wird uns wieder reinhauen, eine. Aber das Publikum ist einfach voller Publikum. Wow! Alter, wie geil so ein Backflip, ey. Er war wirklich mal Boxer. So, repariert, danke. Okay. Tja. Jetzt müssen wir ihn halt richtig, irgendwie richtig geil platt machen, ey. Aber das klappt da alles immer nicht. Ey, Stamm-Attacke! Yeah! Pfuch! Alter! So, komm, Brüder, schaffst du nichts mit der Mundikopfnuss? Da muss ich aber eigentlich schon aufs Treffen. Wir probieren's. Tramp! Oh, natürlich nicht, Alter. Mein strahlend weißes Lächeln, Alter. Verteidigung geboostet. Jetzt wird er das hinauszögern, oder was? Pass mal auf, Mann! Tramp! Oh! Okay, wenn sein Angriff nicht geboostet ist, dann geht das ja sogar. So, er kann sein nicht mehr. So, Erdbeben. Didi, 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 didi. Oh, zwei Schaden. Er liegt noch ganz... Oh, oh, oh. Shit, aber die Technik versagte komplett. So, jetzt könnt ihr Gumprina ihn leider nicht umbringen. Er hat drei Verteidigungen. Halt, ihr macht ja nur zwei Schaden. Ach, ja. Eigentlich wäre er auch geil, mit einer Sternattacken Down zu machen, ne? Aber ach, nö. Leute, das war's mit Olle Mega-Klubon. Was für ein Kampf. Oh! Verdammt. Ach, da war eine Brille. Let's go. Und tschüss. Alter, 30 Erfahrungen. Und 100 Münzen Abschlussbonus. Pah, das Mysterium der Arena ist damit gelüftet. Oh, dieser wundervolle Körper. Wie, dass dieser verlieren konnte. Bomber, guter Kampf. Oh, oh. Bomber. Toll's go over. Nein, Mario. Danke, dass du diesen Kerl erledigt hast. Hä? Toad's go over? Entschuldigt bitte, dass ich euch da hin mit hineingezogen habe. Aber ich musste unbedingt ans Licht bringen, was in dieser Arena vor sich geht. Ach, du warst die ganze Zeit auf unserer Seite? Aber lasst mich euch die Geschichte von Anfang an erzählen. Ich hatte früher einen Bruder namens Toadscop. Ein wirklich feiner Mann. Und um unsere arme Familie zu ernähren, hat er sich hier als Kämpfer verdient. Verdingt. Eines Tages war er plötzlich verschwunden. Als Assistentin des Chefs versuchte ich etwas über meinen Bruder herauszufinden. Und ich erfuhr, dass Clubon hier für einen, was er hier für ein Spiel trieb. Aber allein konnte ich nichts gegen ihn tun. Und dann seid ihr aufgetaucht. Ich habe euch heimlich Informationen zugespielt. Ach so. Dann bist du also dieser X, der uns die Mails geschrieben hat. Ja, genau. Ich habe eure Kämpfe genau beobachtet. Und da wurde mir klar, dass nur ihr in der Lage sein würdet, Clubon zu besiegen. Der wandert jetzt schon in den Knast. Herr Clubon, was? Nein, Schluss mit dem geheuchelten Respekt. Clubon, was hast du mit meinem kleinen Bruder gemacht? Oder vielmehr, was ist aus dem ehemaligen Champion Dark Toadster geworden? Hat der ihnen Energie aufgelöst? Dark Toadster? Er ist hinter das Geheimnis bei der Maschine gekommen. Deshalb musste ich ihn auslöschen. Einer ist ja tot. Du wirst ihn nie finden, so sehr du auch suchst. Einer voll hart. Verdammt, ich wusste es. Oh, Todskopf. Sie war immer so wunderbar. Dabei hat sie nur ihren geliebten Bruder gesucht. Hm? Mario, sieh nur. Das Sternjuwel. Oh, wie er aussieht. Oh, ist das hier die Arena? Oh, Todskopf. Oh, wie sie lächelt. Oh, Schwesterchen. Was machst du denn hier? Was? Also, ich bin... Schon gut, Todskopf. Es ist vorbei. Alles okay. Das war also die Macht des Sternjuwels. Ich verstehe ja gar nichts mehr. Also dann, Mario. Das Sternjuwels gehört dir. Ende gut. Alles Gute, Leute. Wirklich? Wir dürfen das Sternjuwel einfach so mitnehmen? Das wäre sogar besser. So eine Sache darf hier nie wieder passieren. Also dann, Mario. Nehmen wir uns das Sternjuwel. Nehmen wir es an uns. Au, je. Ach, herrlich. Ja, du hältst ein Sternjuwel. Deine Sternenergie beträgt jetzt vier. Du kannst also zwei bei Moxivim hintereinander einsetzen. Mario lennt die Sternattacke. Power Plus. Geschafft. Kapitel Ende. Schön. Unter der schillernden Oberfläche war Falkenheim ein düsterer, gefährlicher Ort. Wie so oft. Aber mit Todskopfers Hilfe entlarvte Mario Clubones düstere Machenschaften. Und nach seinem Sieg über Mega-Clubone erhielt er das dritte Sternjuwel. Denn dieses Mal war echt. Dieses Juwel, das Antrieb für die Maschine war und Clubone seine Macht verlieh. Welche Geheimkräfte ist schon mal wohl noch in den Sternjuwelen? Wir werden es wohl nie erfahren. Ne, da sind wir ja drauf hin. Da arbeiten wir drauf hin, ne? Aber inzwischen. Oh, jetzt klingt die jetzt mal richtig Ärger. Brunnhilder. Was ist los? Du hast den Kern immer noch nicht erledigt. Er ist doch stärker, als wir dachten. Begreift es endlich. Wir Krustionen müssen das Äonentor zuerst öffnen. Das nächste Mal kriegen wir ihn dran. Dieses Mal haben wir eine unschlagbare Geheimwaffe. Ich nehme dich beim Wort. Verlass dich auf uns. Gehen wir, Roberta? Barbara! Barbara! Ja! Ja! Ah! Eine Geheimwaffe? Was soll das denn heißen? Aber die geben halt auch nicht auf, ne? Ganz schön langweilig hier in letzter Zeit. Ja. Diese Leute haben mich auch gar nicht mehr nach der Karte gefragt. Hm. Oh. Oh, ob das wohl wieder Tech ist? Ist das wieder der Tech-Support hier? Ich muss aber erst mal wieder ein bisschen mich frisch machen. Oder ein bisschen frisch machen. Da-da-da-da-da. La-la-la-la. Aufs Klo? Oder muss ich auch wieder... Ne, das sieht ganz frisch und sauber aus. So. Darf ich das benutzen? Klar. Und so mal wieder ein Lied. Weiter kenne ich den Text nicht. Okay. So. Warum man das machen kann? Keine Ahnung. Aber irgendwie will man es immer machen, ne? So. Gucken, was jetzt Peach machen muss, damit sie wieder eine Mail schreiben darf. Das hat gut getan. Ach, ja. Aber muss man auch wieder sagen, ne? Peach hat wenigstens zwischendurch mal ins Bad. Mario nicht. Der wird am Ende des Abenteuers so stinken. Aber egal. Alter. Noch haben ja Videospiele kein Geruchsfeature. Ne? Gucken. Ich glaube, es schaffen wir noch ein bisschen zu lauschen, was Tech jetzt von uns will. Wat wollte der denn? Fahrstuhl Rot. Immer noch nicht in Betrieb. Da wollen wir ja eh nicht hin. Hm. Tür ist wirklich offen. Tech, wat hast du denn schon wieder? Hm? Guten Tag, Peach. Ich weiß nie, wann du mich wieder rufst. Was gibt es denn dieses Mal? Was du inzwischen rausziehst, wo man Spaß ist und so? Ich möchte, dass du zu Crucius gehst und etwas für mich fragst. Oh. Was? Was soll das heißen? Habe vor kurzem beunruhigende Informationen erhalten. Du bist der Hauptcomputer. Wie kann es etwas geben, das du nicht verstehst? Mein Prozessor versteht nur die programmierten Inhalte. Muss deshalb erfahren, was Crucius über eine bestimmte Sache denkt. Aber sie werden mich unterwegs erwischen und zurückbringen. Neben dem Fahrstuhl oben ist das Zimmer der Wachen. Dort findest du die Uniform der Wachen. Zieh eine davon an. Oh. Dann siehst du aus wie eine seiner Leute, wenn du zu Crucius gehst. Ich soll mich also verkleiden? Das macht sie doch gerne, oder? Hm. Es ändert sich ja nichts, wenn ich dir sage, dass ich das nicht mag. Ach so. Oh. Korrekt, Mann. Ich bin eiskalter Computer. Na gut. Und was soll ich Crucius fragen? Frag ihn nach der Liebe, oder was? Frag ihn. Ja. Na, was denn jetzt? Warum um alles in der Welt soll Wildtech denn, dass ich das frage? Ein seltsamer Computer. Leute, sehr, sehr seltsam. Das muss ich auch erstmal alles verarbeiten. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Part hier wieder. Oh. Hier soll ich sicher einsteigen. Wenn der Tech einfach den Computer ferne steuert und aktiviert. Leute, seid gespannt beim nächsten Mal. Was wird passieren? Wird Peach die Informationen aus Crucius herauslocken können? Oder was ist eigentlich mit Bowser los denn? Ach, der wird halt noch so toll. Bis dann, Leute. Tschüss.